Willkommen zurück zu Must Effect 4 In der großen Frage im Universum Warum bin ich hier und warum ist das Teil schwarz? Gut, wir wollen hier auf Kadara Plumpfe Pipi erledigen Ja, haben wir noch richtige Erinnerung Plumpfe Pipi erledigen, schnapps besorgen Anbremse Aha Wie gut, dass unsere Galaxie komplett friedlich ist Ja Was habe ich verpasst? Irgendwas habe ich doch verpasst Da waren irgendwelche Typen Irgendwelche random Typen Nein, jemand eben bei der Aussage Nein, nein, jemand bei der Achso Gucken wir von einer Galaxie, wo nur Friede herrscht Ja Oder so Also irgendwie macht mir das Stutze Ich habe schon wieder bei der Aufnahme FPS Drops Bei dir ist es flüssig? Bei mir ist es flüssig Okay Okay Ja tatsächlich, ich habe FPS Drops bei der Aufnahme Ja, das ist ganz nicht besteckt und lordet, aber generell Na, da haben sie echt einen Scheiß gemacht, hä Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen Ich habe mir überlegt Am Wochenende was auszuprobieren Ich weiß noch nicht, ob meine Videograbberkarte damit mitmacht Habe ich das Signal vom Bildschirm Durch meine Grabberkarte schleifen, bevor ich es selbst ansage Und damit mit der Grabberkarte aufnehmen Ist leistungstechnischer Traum Die einzige Frage ist, kann ich einfach ein 2k Signal 1080p grabben? Ja, das ist halt die Frage Ja, das wird interessant, aber wenn das geht Hä, perfekt Wenn das geht, dann hast du all deine Probleme gelöst Oh, dann sag ich fuck it, Alter, und skalier's halt dauernd Ja Nein, das ist nicht das, was ich scannen soll In den Kisten vor dir Ja, klar Das hat sogar gepasst Das hat sogar gepasst, da hinten Okay So, wir brauchen Schnaps noch Ja, wir haben mit den Alkaid schon Na, na, das ist da Ne, was ist das? Äh, da oben, was ist da neben dem Hidden Cache von der Quest? Ich versuch's die ganze Zeit anzuklicken Ah, ich weiß welche Quest, das ist die mit, äh, dem Hacker Ja, dann machen wir das doch auch noch Ja, und zu der nördlichen Ja, aus dem Hummer fahren, irgendwie Ganz, teleportieren Zu der? Ich sag was so zu der nördlichen Und dann, äh Ja, machen kann man's auf jeden Fall Dort den Weg bis zum Ende fahren, so ungefähr Und dann durchs Gebirge Und hast, hast du schon gesehen, das Replay Wohl saufig, oder warum? Der hat den nur mit Dein teleportiert, halt Okay Hey, schlaub ich spin, alter Der spiel ist aber most creative Alter, schwer der Hast du das noch twin mit ? Herr, ist das schon gegeben? Ne, das habe ich noch nicht gemacht. War richtig lässige Batty mit Naila und mir. Mein Laptop war heute mal wieder so kreativ. Er hat beschlossen, obwohl ich meinem Laptop gesagt habe, er soll keine Treiber automatisch runterladen, weil das endet immer darin, dass er einen Grafiktreiber installiert, der keine Windows 10 supportet. Ah ja. Hat mein Laptop jetzt beschlossen, neuen Treiber fürs Touchpad runterzuladen? Ja, wenn schon gar nicht. Und dann funktioniert das Touchpad nicht mehr. Hey, Alter. Das hat schon klasse. Ja. Das ist ja kreativ. Wir kommen in der Sache näher. Das wird das die Karton, der, der Schulkarton der Allrad hat. So. Wauw. Das wird das die Hütte von den Hackern, die Sam attacken. Jeder, remember. Diese Leute denken, dass das Virus funktioniert. Sam ist weg und ich bin auf ihren Seite. Na denn? Indeed. So überzeugend, gell? Ich muss das mit der Grabberkarte machen, das hilft nix. I didn't agree to your help. Is Sam dead? Es sind auch einige Fragen, die einfach brutal sind. Is Sam dead? Hmm. Hm. 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 Oh, es war schon ein bisschen was anderes. Es war schon ein Hauch an! Es war ein bisschen anders, vor allem dieser Teil mit der Unstoppable Army. Wir wollen leben. Boah, da hast du durchaus Tatsachen verbogen. Ähm... Was geh ich denn da jetzt ein? Irgendwie interessiert mich nichts, was die alle mir sagen wollen. Ciao. Nicht, dass er funktionieren tat! Nein! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Let's find out, what's up. Discreetly. Oh, willkommen! I'm Laveria. I'm so glad, Knight's Virus worked. Mhm. Ja, was wollen die alle? It sounds like Knight is taking all this to the next level. Oh, yes. Very soon now. Has she told you anything? Not much. Alain, her son, would no more. Hm. It's a relief to be free, but Sam wasn't so bad. Each AI is different. None of the guests who attacked the Citadel stop the others from hurting my little sisters. Oh. I'm sorry. Sam would've been sorry too. Really? It would've been? Well, thank you. See you later, Logan. Okay. You're a good dog. You must be Ryder. Alain. My mother's in charge around here. But you're a celebrity. Sorry, I can't show you around. I'm stuck sitting here for a few more hours. Oh, okay. Is something wrong? I'm fine. Just good old Project Overlord. Still kicking me when I'm down. When Mom has... Nope. Can't talk about that. Do you need anything? Hm. Yeah, here with him. Yeah. Can I ask you why you need all these machines? I had a serious infection in my nervous system. I used spinal implants to walk and... You know, bathroom stuff. But while my mother was working on Project Overlord, my implants were packed. They still work. Ah. I just have to sink them a few hours a day. So, you want to tell me that you are unable to update the thing. You crazy. And your mother can deactivate KIs. Hallelujah. You wrote my shit. What the hell? You had to do it instead of a teacher. You had to do it with two. But if you can read it... Oh my god. Your mother seems to have... Tell me... In the AI-Party... Do you have to tell me? I would. 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 Pathfinder. I believe we can fix an implants. I have schematics for an appropriate device. It will require time and resources. You can see the idea that... I was not... I mean... What have the writers thought about it? Now the big price frog... Can I do... Is there a picture and scan and put the wall on the device? Because then you could just build the drum right there and give it. No, I don't think there is. It looks like Knight's personal console. Can you get into it? Yes. But my access will trigger the AI-Detector. We have one chance. Okay. Let's wait until we know what we're looking for. Hmm. That's how I'm going... What? That's how I'm going back to the campus? Well... Is there in Kadara Port not also a way to build it? Yeah, that's right. Kadara Port wird's doch sicherlich auch Dings geben, oder? Yeah, aber sonst gibt's hier unten bei der Siedlung noch ne Quest für dich. Wohl, das mit dem Alkohol? Beim Initiative Outpost. Initiative Outpost. Doch, Tatsache. Find the bootleggers operation. Ja, dann machen wir das da. Auf... Wenn ich schon ne... Äh... Beim Outpost. Mir wird's doch auch eine Konsole geben, oder? Äh... Das wundert mich irgendwie, dass es die Konsole noch nicht gibt. Das ist keine eingezeichnete und nix. Vielleicht in irgendeinem der Gebäude. Ja, aber es ist nix eingezeichnet und nix. Das Ding taucht eigentlich immer auf, gell? Mhm. 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 Okay, mitten im See. Ja, mitten im See. Ja, mitten im See. Ja, inzwischen darfst du durchs Wasser laufen. Das witzige ist, dieses Wasser hat anscheinend dieselbe optische Dichte wie, äh... Luft. Das Visier von Helm. Ja, stimmt. Das Visier von Helm. Ja, du hast recht, ja. Und wenn man dann, äh... Drin steht mit dem Helm, der eigentlich ein verspiegeltes Visier hat und so, dann sieht man auf einmal sein Gesicht wieder. Hehehehe. Hehehehe. Bottle of your hardest stuff. Oh, ja. Das ist für Superintendent Cash. Mach es Sex. Hehehehe. Ja, ja. Warte mal, was brauchst? Ja, ihr braucht da etwas um einen Krogana zu sedieren. Oh, boy. Hehehehe. 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 Ja, ähm... Reset Center. Das heißt... Ja, und was ist, wenn wir sagen, fuck it, und wir wollen zur Tempest? Was nicht geht's? Ähm... Geh... Geh in Nomad und dann kannst du's machen. Wenn du Nomad bist, kannst du Tempest... Nooo... Mad, no cry. Ja, dann machen wir das doch. Ja, das ist ihr, Alter. Das Spiel braucht 100% CPU schon wieder. Irgendwas spackt oder doch. Ja... Das können mir doch keiner erklären, dass das... Naja, was soll's. Oder, wenn ihr mir dann ein nice Mainboard und der ganzen Scheiß kauft, kennt ihr halt wirklich so wie manch andere Let's Player, wirklich auf einem Rechner spüllen, auf den zweiten Rechner nehm ich's auf und hab beide Rechner neben mir stehen. Mhm. Mhm. Bin hier halt immer noch beim Problem, wo zum fuck soll wir einen zweiten Rechner unterbringen? Ja, aber es ist halt ein Platzproblem eigentlich. Bei der zweiten Tower... Ja. Oder generell ein Tower. Naja, was soll das? Pawfinder. Jawohl. Voll die E-Mail. Voll die E-Mail. Meet my true mother. Ah. Face. Okay. Concern about drag... Affencash? ZELT! Grandfather... Von Zellers. Your Customer. Ohhhh. Ohhhh. Für einen Bootlegger ist das eh echt noch Katara. Weltgeil, Alter. Weltklasse. Das ist Welt. Also das ist wirklich Welt. Ah, geil, ha. Ihr darf wieder nach Haval. So, AWP. Ich hab fünf Rewards zu collecten. Dann machen wir das einmal. Und ich hab noch vier Cryobots. So, den. Schauen wir mal, Science. Innovation. Bringt mir was? Oh. Äh, mehr Argumentation Slots. Also mehr, äh, Dings. Sachen, die du einmachen kannst. Du kannst ja hier anfangen, Munitions und alles. Weil, ich glaub, 28 Perks sind so viele, wie es insgesamt gibt. Naja, sechse fallen noch, gell? Und? Sind Ans, zwei, drei. Und Science, Ans, zwei, drei. Also, ja. Ja. Ja, passt. Das ist komplett fertig, ja. Nice. Denn. Boah, warte mal. Dann verchecken wir mal Globet. So. Und Research. So. Und Research. Dann. Na, es ist nichts Spezielles. Nee, du musst zu Development. Und gleich bauen, ja. Special Project. Seven Addict Device. Six Aluminium. Zwei Iridium. Oma. 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 Wenn's mehr nicht ist. Ja. Passt. Da sind's immer so Kilogrammweise. Äh, ja. Wir haben tonnenweise Materialien hinten im Lagerraum. Ja, aber genauso, ja. Ein Kilo ist ja schon. Krass. Zwei Kilo Iridium. Äh, ja. Wert. Ja. Dann im Hafen sollst du noch nicht mit Pibi treffen, so ungefähr jetzt. Hm, stimmt, ja. Hatte ich ja nicht. Da habe ich angerufen, so ungefähr. Wollte grad sagen, muss man das jetzt nicht irgendwo kaufen. Oder zumindest noch mal den 14er kontaktieren. Ja. Matthias hatte ich in einem Kommentar erwähnt. Rainball mit Panzer aka. Battlefield im echten Leben. Ja, wie geil schaut das aus. Ach du Scheiße. Was? Ja. Facebook hast du ganz, oder hast du doch? Nee, Facebook hab ich selber. Sagen wir's so, hab ich, aber ich bin da so aktiv wie ne tote Katze. Ja, na. Wahrscheinlich sogar weniger als ne tote Katze. Bei mir hat man echt, also der Mati hat was geiles gepostet. Jetzt ist die große Frog, du sagst, die hat da was zusammen tun, aber da hab ich nix. Äh, dann ähm, Treppe hoch. Treppe hoch. Treppe hoch. Und nochmal Treppe hoch. Ja. 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 Aber cool wenn's der Drag wär. Ja. 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 Wie? Danke. Ja. 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 Was? So, die answer frog ist so... Hab sie gefügelt? Ah, ich brauche es zu sein. Wie macht sie das für dich? Sie sollte nicht. Ich bin die Partie offended. Für meine Schlammerkann, ich brauche den Beispflicht. Kalinda hat immer ein Verzweiler. Alles für eine Verzweiler. Und wenn es ein Profit ist, alles besser. Ich bin sorry, du hast du jetzt die Scheiße, Ryder. Du musst nicht mit das. Ich werde das selbst machen. Ich versuchze. Wir sind das zusammen. Äh, danke. Wenn ich einen Lied bekomme, werde ich dir wissen. Bitch, du hast meinen Bot. Weil die immer wieder aufgekloppt ist. Oh, ein Daterpad. Gut. Also, was die sich wieder beim... Was haben sich die bei der Türe gedacht? Ist dann dann ein Komma auskommen? Keine Ahnung. Haben sie einen Fehler gemacht, also statt 2 Sekunden... Was nicht? 5? Ist auch nicht so direkt bei der Tastatur nebenbei, oder? Hm. Irgendwie... Manche Entscheidungen im Spül, Alter, die darf man gar nicht erst überlegen. Das ist so. Stürr lächeln und winken. Ja, genau so fühlt sich so an. Schönes Echsenlächeln dabei bringen. Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Was hast du gerade geschlossen? Videoschnittprogramm, wo ich das komplette, riesige Projekt offen gehabt hab. Mit 20 Videokollen und so'n Scheiß. Das könnte der Grundwesen sein, warum wir ein bisschen mehr am Schöpfen waren als vorher. Okay. Jetzt dürfte die Map ganz sein. Ja. Aber das könnte natürlich wirklich der Grundwesen sein, warum die Leistung schon ein bisschen gefällt heute noch. Ja, könnte. Ja, weil ich, weißt du, ich war jetzt beim Heimkumen und hab noch ein bisschen reingeschaut. Hab mir ein paar Nodes gemacht, wo ich was schneiden könnte. Ja, dann hab ich halt drauf vergessen. Ja, es geht echt 20% oder so, wie ich dazu kriege. Lafft zwar immer noch nicht kehren, so wie sein soll, aber läuft schon weltbesser. Ich bin noch gespannt. Na ja, bei den Zyrianen ist ja eh alles Warrior. Irgendwie schon, gell. Oder Soldier. Ungefähr. Nö. Bei den Zyrianen heißt alles Soldier, bei den Kurganen heißt alles Warrior. Bei den Kurganen heißt alles ich hau da jetzt aufs Maul. Das heißt Schämen. Hä? Ja, stimmt. Das heißt es auch. Was ist denn? In Rot und Schwarz schaut das Ding eigentlich ziemlich lässig aus. Ja. Das Kind taugt mir bis jetzt am ehesten. Jawoll. Nö. Ja, dieses Mal haben wir es nicht so gut geschafft. Aber am Dach landen war schon geil. Was bietet sich heute echt an. Aber dem echter coole Enklave da, gell. Irgendwie, wenn es das so denkst. Mit einem Heldenfonds. So. Habt aber schon die. Ich habe ein bisschen was zusammengefasst. Das sollte helfen, zu fixieren deine Implantation. Du bist ernsthaft? Ja. Ja, ich kann mich fühlen, dass meine Nerven wachsen. Wenn Mercury geht, Mom will lose her mind over this. Danke. Keine Probleme. Alles, was du mir erzählst über Project Overlord? Black Ops versuchen, um ein V.I.-Human-Hybrid. Sie haben meine Mutter als Programmer. Sie haben gesagt, dass ich ein Kandidat für die Human-Human-Parte. Und hey. Not like my body was doing me any favors. But my implants got hacked. And Mom said, we're leaving. Lucky me. Overlord went downhill fast. Oh. I've got to go. Thank you again. Ähm. This will enable me to find any relevant data quickly. Let's search Knight's console and see what she's up to. Knight's console, die war oben. Yep. Wo zum fuck ist Knight abgeblieben eigentlich? Das ist so die nächste Frage, die mich gerade ein bisschen interessiert. Äh ja, schon, oder? Oh. Security Protocols breached. Bring up anything tagged Mercury. Files found. Mercury. A strike to prevent any future AI by destroying all quantum computers on the Nexus. Ooh. Damn it. You could use those computers to create AI, but right now they run half the station. A lot of people could die. Mm. Mm. We need to stop Knight. Now. But quietly. Okay? Ich meine, überlege einmal. Ja, ich meine, alle Quantencomputer. Erstens, ich reg das auf, dass Leute immer noch glauben, Quantencomputer sind geil. Und zum anderen, was ist in Mass Effect wirklich so quantenbasiert? Eigentlich nichts anderes als die, als die von der Normandy SR2, die, das, das Sprachmodul. Das war, das war, das war ja mit verschränkten Quanten. Er hat auch, äh, Quanten-Prozessors oder so. Ja, 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 das sind dann nur die Prozessoren, was immer, was immer Quadrat-Bullsch ist, aber ja. Ja. Also richtig, Quanten-Technologie haben sie ja wirklich, glaube ich, nur im Zwarer-Cop mit der, mit der, mit dem Com. Mit der Quanten-Verknüpft, mit dem QVK. Das war, das ist einfach nur eine geile Idee, weil das kennt, das kennt, das kennt nämlich Entanglement-Communication. Schöne ist, das könnte nämlich in, das ist ein Zwarer-Communication. Das coole ist, das funktioniert ja tatsächlich. Ja. Also man kann's im Labor über ein paar Nanometer schon machen. Oder so irgendwie. So, warte mal, was wollen wir machen? Scheiße, voll, ich hab nicht aufgepasst. Jetzt sollst du auf Nexus für die Quest. Ah, auf Nexus. Junge, das werden schon wieder mehr. Okay, Hawaii, Tempest Mad Bay, kriegen wir mal kurz zum. Und wo ist das? Kannst ja mal markieren. Dann sagt er dir hier wahrscheinlich, dass, äh, Nicht auf diesem Planeten ist? Ja, dann steigen wir auf die Tempest, weil dann kriegen wir ja a Quest schon nochmal weg oder weiter zumindest. Ja. Und dann schweben wir zum Nexus vorbei, machen das. Hätte ich gesagt. Schauen wir, dass wir halt was weiterbringen, oder? Ja. Das klingt doch gut. Boah, den Sonntag wird's lustig. Er wird bei mir einen relativ großen Eurospar oder einen Interspar, gell? Und ich bin ja Ciderfreund, also trinke extrem gern Cider. Und die haben ein riesiges Regal mit ziemlich 20, 25 verschiedene Cidersorten. Und ich bin jetzt seit zwei Wochen wirklich jedes Mal beim Hamfahren, vor allem beim Interspar vorbei, kaufe ein bisschen was zum Knabbern und so. Und kaufe halt immer einen oder zwei Cider, die ich noch nicht probiert habe. Und ich mache das jetzt seit zwei Wochen und es gibt immer noch welche, die ich noch nicht probiert habe. Und jetzt habe ich mit Max gesagt, Max, am Samstag, nach der Arbeit, hole ich die ab. Wir fahren da hin und kaufen vom gesamten Regal von jeder Cidersorte an und machen dann am Sonntag eine große Veseiderung. Um halt wirklich mal quer durchtesten. So. Ich öffne die E-Mail und Lexi möchte mit dir reden. Sss, Lexile. Lexi klingt doch auch irgendwie leicht nach einem Pornonamen, oder? Wieso heißt die Asari wohl Lexi? Äh, was? Habe ich das gerade laut gesagt? Ja. All. So. Rup. Hallo, Gil. Wo haben wir eigentlich schon alles für die Movie Night? Liam? Ja, aber Liam möchte sowieso mit dir reden. Du arbeitest ziemlich hart. All das Zeitpunkt. Er hat furchthaft Gefäuste gemacht und jetzt hat er die Finger offen im Boden. Ich bin sehr angere. So habe ich einen Scheiß gegeben. Hm. Liam, was ist passiert? Wir haben die Fäßigkeit von Volt. Volt. Ich bin sehr angere. Ich bin sehr angere. Aber die Kett stealt wie die Menschen sind. Jeder sollte ein Steak in das. Also habe ich nachgebracht. Ich versuche, um die Ressourcen zu verändern, um die Realität zu verändern, um die Ressourcen zu verändern, um die Ressourcen zu verändern, um die Ressourcen zu verändern. Ich bin ja hinter ihm. Ist eine Supersache, was er macht. Ja. Ich kann nicht alle repräsentieren. Ich kapiere die Antwort nicht. Ich bin wirklich auf die Ressourcen zu verändern. Das ist die Kettbewerke. Wir sind Outsiders. Irgendwie schon, gell? Hm. Ich finde, er sollte einzigen, dass man... Also er muss jetzt einfach von dem Standort sagen, wie er sandt die Außenseiter. Liam, wir sind nicht von hier. Es wird niemals sein. Aber wir sind hier. Wir können nicht immer Stranger sein. Es gibt keinen Raum. Ich wollte das. Alles neu. Aber es muss letztendlich normal sein. Ich brauche etwas. Beziehungsweise. Wo ist ihr schon der Couch, du Lauch? Äh, freilich. Tja, Arrangements, um mal Couch mitzunehmen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Weißt du, was wir gemacht haben? Freunde und Hustle haben uns gut gemacht. Sie haben uns einen Transport genommen, direkt bevor ich in Kryo ging. Und ich, mein Vater und Mutter, haben unser Auto in den und sie an Andromeda gelegt. Ähm. Das ist ein ziemlich grosser Jahr. Ich glaube, ein Transport würde eine Post-Light-Driven haben. Ich werde hier nicht für... ...was? 2.3 Millionen Jahre mit Standard-Light-Speed. Die wichtigste Sache ist, dass es kommt. Und es wird immer wieder sein. Die Idee ist geil. Ja. Die Idee ist richtig geil. In 2, Homie-Blau-Millionen Jahren, irgendwann, ein Auto schlagt ein so. Was war das? Was? Na gut. dann jetzt aufzuleggt wird sicherlich noch keinen neuen mails geben nicht nur dann aufzuleggt sie Hä? Was macht der Mensch? Progana. Du möchtest mich einfach so wie ich bin, Doc. Du kommst nicht aus der Tafel, bis der Scan ist fertig. Kann ich fragen, was passiert? Arm, Seite, Hände, Teil meiner Beine. Strain-Balancing-Threads über meine Beine. Es ist alles Prosthetiken und Implanten. Der Typ besteht aus... Das ist doch ein Kroganischer Cyborg. Spend durch die Krogan-Rebellion. Schau, meine Kulturen zu entdeckern. Er überlebt Jahre wie ein Geist. Und all sorts of Piraten-Shananigans. 1000 Jahre der Kampf-Kombat-Erfahrung. Alles, was es nahm war, war einen Idiot mit einem Pack von Frag-Grenaden. Das muss sich schwer haben. Ja, es wurde ziemlich schlecht. Ich hatte einige dunkle Momente. Implanten Rejection nach Implanten Rejection. Prästhetik nicht richtig sinken. Das muss sich nicht gut sein. Es ist nicht wert, dass er die Probleme nicht wert ist. Er sagt, dass er nicht wert ist, was er bedeutet. Er war nicht nur über die Baby. Ja, ich war auch nicht wert, aber... Es war nicht nur über mich mehr, also habe ich Hilfe. Ich lerne, wie ich mich selbst und sie mir vorgebracht habe. Und sie hat mich vorgebracht. Du hast wieder einen Weg gefunden, zu leben. Wir haben sicher gemacht. Es war nicht einfach für uns beide. Ich bin alt, in meinen Weg, und Cash... Cash wollte alles ändern, seit sie reden konnte. Irgendwie tut er mir leid, oder? Sharing is caring, oder? Ben, du sagst mir alles über das, nicht wahr? Verdammt, richtig bin ich. Eltern sind nicht ein Ziel oder eine Schlusslinie. Wir sind eine Anfangslinie. Wo du von dort gehst, ist alles du. Erinnere dich. Erinnere dich. Mhm. Fass es zusammen. Drag ist ein Tacken älter. Ja. Drag ist halt... Ja, man... Es war halt echt cool, wenn du den Drag, den Grunt und den Rex... ...in eine Bar schickst. Alter Schwede, da fliegen die Fetzen. Von Liam, Navset, Kosta. Okay. So. Schauen wir mal. Wie uns die Quest hinführt. Nexus. Dann irgendwie, gell? Wird ich diese Quest auch hin? Ja, perfekt. Dann haben wir ja zwei Sachen auf den Nexus. Was will man denn mehr? Mops-Geschwindigkeit! Geht nicht, wir haben ne Marder-Schaden. Pfff, Marder-Schaden. Wieso hat jemand diesem Space-Hamster mitgenommen? Ja, das sind halt alle so berechtigte Fragen, gell? Hm. Aber den Kaktus... Aber den Kaktus... Aber den Kaktus... Ja. Hamsters do not belong on the warship. Doch. Ich hoffe, du hast nichts für meine Fische gemacht. Oder ich werde ihn töten. Hm. Das ist halt echt schräg, ja. Yay, mein Handy ist fast wieder aufgeladen. Verschreiber Duster. Ab gleich Feierabend. Yay. Nice. Und das setzt da die Normandy ab. Hm. So. Mach mal. Suche das Köfferchen. Nix Sorgen. Nein, du brauchst keinen Scanner dafür. Du musst einfach nur suchen und es dann anklicken. Ach, guck an. Sonne von Bitch, du hast mich gespielt. Night? Ja, ich. Ich lasse dich nahe meinen Sonnen. Du stopfst das nicht. Das wäre jetzt, wenn irgendjemand mit Gehirn dran arbeiten würde. Ja, das... Das wäre dann exakt der Moment, wo er die restlichen zwei zündet. Aber wurscht. Bloß nicht mit Logik und sowas. Das tut nicht weh. Jetzt werden solche AI-Geschichten, gell? Nicht von Menschen geschrieben werden, die wirklich Plan davon haben. Ey, dann kannst du dir sowas nicht geben, wenn du Dunst davon häust. Krogan Overlord. Hm. So. Ich fahre hier Nummer zwei. Old Unauffällig. Ich... 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 Ach, doch. Okay. Rider, bitte. Der Nexus braucht nicht diese Computer. Nein! Das... Das ist... Nein, ich reg mich nicht drum auf. Ja, und du lässt die Dinger nicht hochgehen, während du noch die Chance dazu hast. Du Fischabracke. Rider. Wir haben die Night, aber sie hat die letzte Dinger. Ich habe einen Sniper bereit, aber sie will, dass du dich zu sprechen. Wir können das faszinierend enden. Hm, hoffen wir es, dass wir das hinkriegen. Ich meine, das Problem mit der Night ist, sie hat ja wohl einen edlen Ansatz, gell? Aber sie hat halt so... ...nicht die ganz richtige Conclusion davon gezogen. Hm. Ich meine, wobei, sie hat ja auch wieder recht, gell? Woher genau warst du, dass Sam nicht irgendwann einfach die Kontrolle übernimmt? Ich meine, wir haben den Beweis, Sam kann dich töten. Ja. Es ist halt so... Sie ist ja wirklich komplett im Recht, nur... ...das, was sie machen will, ist halt nicht die Lösung. Hm. Wenn halt so viel an der KI hängt. Warte mal, in Waldenburg, bevor wir... Ja, bevor wir da jetzt weitermachen, weil bei Waldenburg war das so geil. Damit es sich die Bücher durchliest von Halo. Ich glaube, bei Halo war es. Da hast du diese wunderschöne Szene, wo du... Da hast du ein Kapitel anfangen, wo dann... ...du hast eine Raumstation oder halt eine... Wie heißt das? Eine Kolonie, ein Planeten. Und du hast unten auf der Hauptstadt von der Kolonie eine große Verwaltungs-KI. Und du hast oben von der Hauptstadt drüber schwebt eine große Raumstation, was quasi der Handelshafen für die ganzen Raumschiffe ist. Weil die riesigen Transportfrachter, die wollen ja nicht unbedingt in der Atmosphäre landen. So. Und oben ist ebenfalls eine Verwaltungs-KI. Und du hast ein halbes Kapitel, wo nur die zwei KIs miteinander quatschen. Und es ist so episch, wie sie... ...in was für einem Affen-Tempo die reden. Und über was sie reden. Das ist halt so cool gemacht. So. Interaktives Gameplay. Interaktives Gameplay. Interaktives Gameplay. Okay. Ja. 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 Mann, Schott, ich bin richtig enttäuscht. Ich merke gerade. Ich muss sagen, hey, Heuber, sieben, ey, ist Welt besser von der Zeit als auch dafür aufnehmen. Das heißt, man ist doch schön motiviert und wach. Ich merke es zumindest jetzt vom Arbeiten, ey. Um 20 Uhr bin ich schon so bei dem 10er-G schlafen. So, jetzt machen wir das noch. Dann hol ich mal eine Flasche und Cider und dann machen wir noch einen zweiten Teil. Ja, so. Stimmt, irgendwo erkannte ich den Namen Rika. Du nicht, weil du hast ihn sterben lassen. Penner. Ja, ich habe ihn sterben lassen. Ich habe sie sterben lassen. Stimmt. Ich habe ihn einmal oder zweimal kennengelernt. Ein wunderschöner Agent, in der Zeit der Zeit. Leider sind meine Versuchungen, um ihn zu helfen, gestorben. Hm. Stalin gave me two Leads, aber everything I found was inconklusiv. I've tried to enlisting ARC-Leadership. Those who woke first, but they've been busy, unhelpful or both. Hm. Perhaps we should get creative. Okay. Hey. If we don't break the rules, we will. One of the ARC-Officers who woke early, ran long, has an apartment here. If he's too busy to help, you could scan around. Carefully. See what you can find. Die haben eine total schräge Stimme für ihr Ausschein, finde ich. Die Salarianer. Also, vor allem die Mädels. Gut. Und dann stehen wir da und sehen uns morgen wieder. Ciao, Leute. Tschüss.